Ich habe den Sinuslift machen lassen, den Knochenaufbau, weil der bei mir schon zurückgegangen war. Ich habe dann meine Implantate setzen lassen. Beide Sachen waren so hervorragend. Ich habe natürlich die Schlafnarkose genommen, damit ich dieses Prozedur gar nicht mitbekomme, was man mit mir macht. Es hat hervorragend geklappt und keine Schmerzen gehabt hinterher, kein dickes Gesicht, keine Beulen, nicht schwarz, nicht gelb, gar nichts.